Herzlich Willkommen zum Medientermin des Deutschen Handballbundes. Je mehr freue ich mich, dass ich Ihnen unseren neuen Bundestrainer vorstellen darf, Henke Kruner. Ich habe mit Wolfgang Sommerfeld natürlich jemanden an der Seite, der genau weiß, was da in den letzten Jahren gelaufen ist. Also mit ihm werde ich schon die Sache auf den Grund gehen, weil es natürlich wichtig ist, zu lernen von dem, was schon war. Viele Gedanken sind gut, sind schon angelaufen und ich denke, das gilt es fortzufahren und dann mal sehen, wo man dann nochmal ansetzen kann, damit der nächste Schritt auch gemacht wird. Man muss schon mit der fast maximalen Punktausbeute aus einer Vorrunde rauskommen, um in der Hauptrunde richtig gute Chancen auf ein mögliches Halbfinale zu haben. Von daher liegt unser Fokus, wie angesprochen, auf der Vorrunde. Das ist immer schwer zu sagen. Wir müssen lächeln, der Mann. Und zwar ein bisschen lächeln, ok? Von der Mann. Als Spieler können wir davon immer profitieren.